Hallo Leute, hier ist wieder Daxi und es geht weiter mit Metroid Prime. Tut mir leid, dass beim letzten Mal die Folge so abrupt endete, aber ich weiß nicht, ob es gehört hat, ich bekam den Anruf und ja, da wir dann sowieso wieder bei den 35 Minuten waren, entschied ich mich halt, die Folge zu beenden. Moment, da waren wir noch, glaube ich, oder? So. Dass ich die immer so spät bemerke, mir fällt dann immer so ein Geräusch auf und dann schaue ich mich um und dann fliegt das Ding auf mich zu. Dann habe ich noch so ein paar Millisekunden mitzudenken. Ach nee. So, idealerweise können wir, äh, haben wir jetzt einen Teleporter zur Talon-Oberwelt. Und, würde ich sagen, fahren wir mal hoch. Ich glaube, dass wir hier jetzt momentan nichts tun können, oder? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber wir, äh, es gibt jetzt zwei Dinge, die ich erledigen möchte. Das eine werde ich gleich mal hinter mich bringen, weil es mich später nur ärgern würde. Auch wenn es später keine andere Situation wäre, aber ich möchte es von der Schippe haben. Je nachdem, wo ich jetzt rauskomme. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo sind wir denn gerade? Ah, hier, okay. Okay, lass mich, lass mich in Ruhe. Ah. Schauen wir mal, wo sind wir denn? Wurzelschlucht. Ach so, okay. Ja. Na, das, nee, ist gerade passend. Ich sollte mal wieder einen Speicherplatz aufsuchen. Dass mir da zwei ganze Energietanks fehlen, das will mir nicht gefallen. Jep, in den Schutzruinen möchte ich kurz was erledigen. Wird nicht lange dauern. Hoffe ich zumindest. Ja, wobei. Mal abwarten. Mal abwarten. Will ich mal keine vorherigen Schlüsse ziehen. So, so schreien wollen wir. Ja, mal auf. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt sind wir wieder in dem Raum. Das Ding heißt aber Schreien. Heißt im Klartext. Au, 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 au. Tut mir leid Leute, das muss ich jetzt leiser machen. Das ist nichts zum aushalten. Diese Geräusche. Au. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt, den Viechern solche hochfrequenten Töne zu geben. Ehrlich wahr. Und wie ewig sie, dann braucht er mir die Waffe wiederzuziehen. Die Viecher halten einfach so wahnsinnig viel aus. Wenn man sie einmal über den Aufgeladenen getroffen hat, kann man sie auch danach nicht wieder, da erstmal nicht treffen, bis sie wieder erscheinen. Auch so eine Zeit, die verstehe ich einfach nicht. Manchmal erscheinen sie auch irgendwo oben, wo man sie dann überhaupt nicht erwischen kann. Und das Blöde ist halt, ich meine, gegen diese kleinen Viecher, die es hier gibt, kommt man mit dem Eisbeam besser an. Aber gegen die hier, ich meine, man kriegt ja keine Verstärkung für den Powerbeam oder so. Den Powerbeam kann man nur aufladen. Hier bist du. Zeig dich. Geh ja nicht nur rum, sondern... Zieh deine Waffe. Okay, Leute, ganz ehrlich, tut mir leid, aber wenn die erscheinen, dann muss ich den Ton runter. Für den auch, wenn jeder nicht mehr viel hört, aber... Das ist einfach... Das ist unerträglich, dieser schrille Ton. Jetzt wisst ihr, wieso ich das hier von der Schippe haben will. Ich weiß ja, dass ich gegen die Viecher hier noch öfter kämpfen muss, oder auch ungefähr in welchen Räumen. Ich glaube hier aber nicht. Ich hoffe. Nein, hier nicht. So, hier konnten wir nämlich damals unter Wasser nicht weiter. Und das mache ich jetzt mal. Denn hier befindet sich... Moment, eine Tür. Und ein weiteres Schurz-Artefakt. Schurz-Artefakt erhalten. Hier ist es das Artefakt des Lebensspenders. Das fünfte von insgesamt zwölf. Ja, da fehlt uns noch einiges. So, und da das jetzt aber schon wieder ein Zwischenraum zu viel war, werden diese Geister jetzt gleich wieder erscheinen. Deswegen drehe ich jetzt einfach mal den Ton ein bisschen runter. Moment. So. Bis ich aus dem Raum raus bin, damit ich hier nicht meine Ohren und die der Leute, die um mich herum sind, nochmal quälen muss. So. Die schließen nämlich, Gott sei Dank, die Tür nicht ab, wenn sie erscheinen. Vergleich zu diesen Roboter. Wie gesagt, dieses Artefakt, das war der Grund, wieso ich das Artefakt jetzt schon holen wollte, weil ich mir das einfach nicht später nochmal anzunehmen wollte. Ich wurde notgedrungener öfter gegen diese Geister kämpfen, aber was nicht sein muss, muss nicht sein. Ganz einfach. Ihr lasst mich durch. Damit sind wir mit den Schotsurinen auch schon soweit erstmal wieder fertig. Wir geben uns zum Wrack der Fregatte. Denn jetzt mit dem Gravity-Suit können wir da definitiv durch. Ich weiß aber ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, was man auf der Fregatte zu suchen hatte. Absolut keine Ahnung mehr. So, jetzt sind wir auch mal wieder bei unserem Schiffchen. Mal speichern zwischendurch, ist auch nicht verkehrt. Zeit haben wir noch viel. Ich überlege gerade, vor allem in dem Raum hier, auf irgendwas. Ich meine mit dem Morph Ball könnte man hier irgendwo rein. Nein, das ist die Tür. Aber ich hätte gedacht, dass hier noch irgendwas gewesen wäre. Aber, offensichtlich, habe ich mich da geirrt. Ich werde mich gar nicht zurück verwandeln brauchen. Das ist ja. Kleinen Viech, das soll mir jetzt mal egal sein. So, jetzt können wir nämlich hier auch unter Wasser weiter. Ach Gott, nochmal so ein Viech. Sehr schön, die kann man auch leicht da vernichten. Gut zu wissen. Da ist nochmal ein Missile-Container. Ich hätte aber eigentlich gerne mal wieder einen Energie-Tank, wenn ich ehrlich bin. Da wollen wir nichts finden. Ich bin mir gerade unsicher, wo die Plattform ist, von der aus sich nach oben kommen. Hier war es ja nicht, oder? Ach doch, da. So. Ich frage mich, ob es, nein, gegen die Schozo-Gast, da gibt es keine bessere Möglichkeit zu kämpfen, als mit dem Powerbeam. Das einzige, was man da machen kann, ist, äh, immer wieder, sie mit dem aufgeladenen Powerbeam zu treffen. Aber ansonsten, äh, kann man da eigentlich nicht viel machen. Die Hand haben schon vor langer Zeit erledigt. Ich finde die Tür-Animation schön. So, da jetzt einfach durch, denn bis die fertig sind mit durchlaufen, das dauert ewig. Die Zeit habe ich nicht. Die habe ich nicht und ich kann mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, dass ihr die Zeit habt. Zumindest für sowas. Ach so, jetzt gibt es die auch noch für Unterwasser. Was ist der nächste? Lass dich erwischen. Boah, ist aber alles kein Problem. So, jetzt kommen wir hier auch eleganter durch. Ah, stimmt, da war was. So, dann suchen wir doch mal diese... Ja, das Teil braucht Strom. Und das haben wir uns in der Lage ist, die Teile auf Entfernung anzupeilen. So. Waren das nur drei? Bin mir unsicher. Scheint aber so zu sein. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt auf diese Plattform gekommen wären ohne das... Das sind vier, oder? Nehme ich ja. Diese Tür wird nicht mehr Energie versorgt. Vier, naja, vier. Das ist die Frage, wo der vierte war. Ach so. Ja. Super. Hey, wo sind wir? Hier müssen wir kein Bällchen einsetzen. Ich glaube, hier hinten... Ja doch, das war der... Das war ja der Raum... Äh... Bevor wir zum... Genau. Wir gehen jetzt quasi nochmal den ganzen Weg rückwärts. Wenn's lang genug im Wasser liegt, ne? Ah. Brauchen wir wieder. Das reicht noch nicht, oder? Nee. Mach. Uff. Blöde Tür. So. Da drin war... Oh, ja. Ein Energietank. Zeitwurz. Wie auch immer der da reinkam. Aber das war das, was ich da am Anfang wieder im Gedächtnis hatte. So. Ich glaube, hier war auch wieder was mit... Ja, genau. Da war auch wieder was. Ja, ich weiß... Das sollte man eigentlich erst wieder oben rauskriegen. Aber ganz ehrlich, wir hatten das jetzt gerade eben... Schon wie man halbwegs mit den Kumpan von selber drauf... Dass man hier eventuell... Was in der Richtung zu tun haben könnte. Ich vergesse jetzt sowieso wieder einen auf dem Weg. Erstmal so schauen. Wo muss ich denn da jetzt hin? Von dem aus... Muss ich jetzt da halten? So. Ist hier wieder so einer? Nee. Okay. So. Erstmal wieder. So. Oh, weil. Ich bin ein Allgemeine Weltraumpirat. Aber irgendwo habe ich doch wieder so ein Teil vergessen, oder? Irgendwo? Nee? Wirklich nicht? Okay. Combat Visor. Rüpp. So. Und hier oben haben wir... Den da. Wieso wusste ich das? Also. Wo habe ich denn einen vergessen? Ich sehe es gerade wirklich nicht. Du bist aber hier irgendwo auf dem Weg gelegen haben. Da ist der eine. Und der andere. Das gibt es ja nicht, dass ich den jetzt gerade nicht sehe. Ach, Moment. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Da war er. Ganz unten. Natürlich ist die Energieversorgung für die Tür da oben. Hier unten am... Äh... Am Aufzug. Ich würde die auch sonst nirgendwo anders vermuten. Beziehungsweise. Das macht auch Sinn. So. Dann gehen wir hier hin. Und dann da hin. Und dann da hin. Wenn wir das nicht machen würden, dann wäre es so schnell, dass der puste. Okay. Hier fliegen Viecher herum. Schmetterlinge? Oder Motten? Keine Ahnung. Die konnte ich glaube ich auch nirgendwo durch. Die geben komische Geräusche von sich. Ah ja. Wir sind wieder hier. Können wir immer die Teile noch funktionieren, aber die Türen nicht. Na komm, geh kaputt. Ich weiß, damit rischiere ich, dass die mir wieder Schaden machen könnten, aber... Ich weiß nicht. Ich fände es einfach... Äh... Lustig. In gewisser Art und Weise. So, jetzt muss ich mir hier umschauen. Denn da hatte ich ja auf dem Schiff auch noch so eine... So eine Sache, die ich vergessen hatte... Oder glaubte, vergessen zu können. Interessanterweise sind hier die ganzen Viecher auch nicht mehr drin. Ach so. Das ist wahrscheinlich das Zeug, was da am Rande... Überall liegt. Das hier sind wahrscheinlich... Oh. Nee. Aber die vier können wenigstens nur, in Anführungszeichen nur, wie ein Laser. So, dann haben wir noch den Parasit. Den haben wir ja damals schon gesehen. Der so vollgepumpt wurde, dass er gestorben ist. Ja, traurige Schicksal. Stabilität dieser Tür aus Kordid liegt jenseits der Sicherheitstoleranz. Sagt sich so, Samus bei sich selbst. So, und... Ein weiterer Missile-Missile-Container. Und hier haben wir wieder das übliche Rätsel. Rein-Teo, äh, muss ich es wirklich schwer machen. Dann könnte man jetzt rein theoretisch einfach, ähm, den... Termal... Äh... Ja, Termal-Wischer ausmachen. Und dann einfach nur nach diesen Platten hier suchen. Hab ich auch einmal gemacht. Macht ja das Rätsel wesentlich interessanter, aber... Das muss jetzt nicht sein. So. Ah, da lag Schrott. So, ja, das Ding sieht man auch so. Wie gesagt, man könnte rein theoretisch einfach nur die Platten suchen. So, hier oben war auch noch irgendwo einer. Genau, da an der Seite. Das war's schon wieder. Wie gesagt, ich finde es sehr seltsam, dass die Teile einerseits so seltsam im Raum verteilt sind. Andererseits ist die tatsächlich nur diese eine Tür dann benutzbar machen. So, das war... ...eine der Gänge so ganz vorn anfangen. Mach auf, bitte. Machst du auf. Gut, dass die alle so weit entfernt. Sein Aktivise stört das jetzt gar nicht so sehr. Warum seid ihr eigentlich noch hier? Samus, du bist manchmal echt ein wenig langsam. So. Und, äh, wie soll's anders sein? Wir schauen hier, äh, wir schauen uns hier ein wenig um. Bisher hätte ich das aber alles noch machen können ohne den Gravity Suit, glaube ich. Denke ich, weiß ich aber nicht. So, naja. Sehe ich schon, was ich tun muss. Erstmal wieder hier hoch. Über die Brocken, die da so statisch im Wasser schwimmen. Äh, 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 äh. Äh, äh. Ist ja schon gut, Leute. Ist ja schon gut. Was soll denn das? Ja, die Tür ist verschüttet. Da, man sieht sie eh schon wieder. Ja, da kann ich hoch. Und wo jetzt hin? Ach so. Ne, doch nicht. Was ist denn los mit mir? Ach, such mir einfach erst, äh, mal die ganzen Anschlussstellen. Dann seh ich ja, wo die ganz, äh, wo die hinführen. Ich weiß nicht, ob diese Kanäle vorher schon da waren. Oder, nicht Kanäle, diese Gitter. So. Also, wo führen die alle hin? Da hinten. Okay, ja, ich dachte, ich muss weiter rauf. Da hinkommen ist natürlich nicht schwer. Tja, nach all der Zeit kann ja trotzdem noch was explodieren. Das ist irgendwie... ...interessant. Moment. Ach ja. Ich glaube, die können uns Lebenspunkte geben, oder? Ne, doch nicht. Die kann man einfach nur zerstören. Wenn man will. Muss man aber nicht. Hier läuft ja noch was. Okay, hier hätte man vielleicht ohne den... Ah. Verstehe. Nein. Mist. Okay, Energietank. Das lohnt sich. Vielen Dank. So. Und... Oh, da sind wir schon wieder raus aus der Fregatte. und erlebe ichs. So, dann sind wir jetzt wieder Wie weit schießt ihr? Die Musik geändert, weil wir aus dem Wasser rausgegangen sind Ohne Witz Erstmal kurz hier lang Oh ja, ah ja, ich weiß wohin uns das jetzt führt Ich gehe jetzt mal den anderen Weg So Denn wie ihr auf der Karte seht, waren wir hier schon mal Ich nehme jetzt erstmal da rein Um diese Schlöße hier zu öffnen Damit kann man sich nämlich einen langen Weg ersparen Und auch wenn man nicht ständig so ins Wasser fliegt wie ich So, dann gehen wir mal hier lang Ja, ihr seht Hier schon Das da ist Fason Da wollen wir auf gar keinen Fall ran Ich glaube das Zeug macht wirklich mehr Schaden als Lava Wenn man reinfällt So, und wir kommen jetzt in ein neues Gebiet Der östlige Teil der Fason-Minen Ein Gebiet, das für mich fast so unangenehm ist wie die Forschungseinrichtung Äh, ne Wie die Forschungseinrichtung Aber nur fast Nicht ganz Es gibt noch so ein paar Sachen an diesem Gebiet hier Die gefallen mir sogar recht gut Naja, hier haben wir auch wieder Interessant, dass Samus einen Geigerzelle in ihrem Helm drin hat Jetzt sind wir wirklich auf dem Territorium der Wildram-Piraten So, dann gehen wir auch wieder auf dem Geigerzelle in ihrem Helm drin So, schon mal eine ausgeschaltet Ach ja Moment, wie liegen wir zeitmäßig hier eigentlich? Okay Hm Eine kleine Sache machen wir noch Sekundärer Schaltkreis des Kraftfeldes ist deaktiviert Was ich interessant finde, der steht da oben immer noch rum Während wir hier unten schon alles mögliche zerlegen Das Kraftfeld deaktivieren wir noch schnell Neigt sich diese Folge hier auch schon wieder dem Ende Allzu viel haben wir leider nicht erreicht Was ist denn der andere? Wo ist er? Outsch So Boah, ich glaube die haben wir uns entdeckt Verdammt So Primärer Schaltkreis des Kraftfeldes ist deaktiviert So Ja, in dem Raum gibt es noch wesentlich mehr zu suchen Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge Denn der Platz hier eignet sich perfekt Hier haben wir nämlich eine Speierstation Die wir uns erst nochmal Freimachen müssen Sehr schön Dann würde ich sagen Ja Wir haben uns immerhin den neuen Weg zu den Weltraumpiraten Zu den Fasernminen Geebnet Und Die sehen wir uns in der nächsten Folge an Ich bin Xie Das war's von Metroid Prime für heute Bis zum nächsten Mal Leute Ciao Ciao Ciao